Hoi miteinander, mein Name ist Jacqueline Haller, ich bin die Pfarrsekretärin in Weiler und ich darf euch heute nochmals zum Thema Familie erzählen. Familie bedeutet für mich Liebe, Geborgenheit, Heimat. Mit der Familie haben wir verschiedene Traditionen und gerade im Advent werden die sehr zelebriert natürlich, oder? Einer davon ist, ihr seht uns dahinter, dass wir zusammen den Christbaum schmücken. Die Kinder freuen sich jedes Jahr auf der Eis- und Bess-Landschau, am Abend dürfen wir endlich anfangen. Und so bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Früher, wo wir noch ein bisschen jünger gesehen sind und noch Küchen hatten, dort haben wir unsere Familie vielleicht eher schon Weihnachtsarbeit gesehen und haben uns anders auf Weihnachten vorbereitet. Dort waren dann mehr die Freunde vielleicht, die Familie. Und der Michael Patrick Kelly hat ein super Lied geschrieben, wo es heißt Friends are the family that you choose, I thank God that you chose me. Und das ist eine riesen Hymne, ein riesen Dankeschön an die Freundschaft, an die Freunde, die auch Familie sind. Und vielleicht hat man dann halt dort mit dem Kollegen Kekse gemacht und sie am nächsten Tag ins Büro gebracht. Und das ist auch Vorbereitungssinn auf Weihnachten. In der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, Freundschaft und auch Familien, die ja nicht immer alle da im Ort waren, zum Aufrechterhalten. Da muss man sehr wirklich erfinderisch sein, dass man das in Verbindung lieben kann und das noch zelebrieren kann. Und ich wünsche uns allen auch, dass man ganz viele gute Ideen hat, wie man in der jetzigen Zeit miteinander in Kontakt bleiben kann, diese Freundschaft hochleben kann und diese Familie. Bis es halt wieder zum Zimmer anstoßen. Und ihr seht, der Christophon ist schon fast fertig. Und ich glaube, ich muss jetzt sofort noch schnell ein Schockenschirm holen, bevor das Erste nämlich schon fort ist. 13. nimmt häufiger L 질문 noch led Putting. 719-1953. %25-1954.